hallo leute herzlich willkommen wir haben eine neue folge von youtube live und wir sind mit den guten missus und wir ich will mir bald umziehen ich weiß auch soll ich jetzt riskieren das ziehe ich jetzt um oder nicht weil jetzt für die mehr hundert mit einem video wenn ich nicht wenn die gute video machen das ist schon was drin kann wir um zu kommen gehen schlafen weil video kann ich so nicht machen ist guter video gewonnen diesmal essen 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 komm essen wir salat komm unterhalte ich mir mit valentin ich überlege mir sehr soll ich wirklich oder nicht schon sind wir 30 wir sind freunde komm scheiß drauf wir ziehen um 320 zwei arbeitsplätze vor dem ausziehen muss ich mir gedanken darüber machen was ich meine monat mitbewoner erzählen soll mitbewonen ich gehöre dass du diese große wohnung ziehen möchte weil etwas platz brauche ich brauchst du bist du sicher dass dass du mich als deine und kumpel mitmachen willst hochzeit was danke daran dass du umziehen musst vor kleid danke dass du angeboten hast hochzeit ich heirate wann ist egal okay toll ich heirate ich heirate ach du scheiße ich bin verheiratet 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 ich kann mich einfach nicht machen ich bin verheiratet ich bin verheiratet wir kamen du hält das wird was ist das für ein bug okay eine neue die neue wohnung war total und vor viel größer hier habe ich angefangen meine neue team zusammenstellen ich habe meine erste mit aber dafür mein kanal eingestellt und doppelt so viel video zu produzieren und abonnenten zu meine mitarbeiter hatten sie möglichkeiten gegen gegen bezahlung die noch bezahlen ist das nicht dicht bezahlen da muss ich echt verdammt video für meinen kanal hochzuladen dazu bekommen sie eine genau arbeitplatz und nur eine ging gingen wieder als haus sobald die in pause braucht willst wie geht's dir schatz ich möchte sicher sehen okay ich bin geheiratet ich bin ein bisschen vielleicht geheiratet so je erfahrpunkt mehr haben wir niemanden und die wenn ich will noch profil anschauen style ok gut nächste ach du kacke drei arbeitsplätze noch schnellere halbe million super 1000 das ist schlafzimmer obwohl du das arbeitsplätze hier kann video kurse schlaf konzul auch meine ok beenden was haben wir noch einkaufen und hier spiel ok ok läuft wird mal beenden was will ich noch kurz machen es so ich habe genug geld ja wimpel wer will manchmal mit mir ziel stelle eine arbeiter okay arbeiter stelle nein ich suche freunde warte mal sie ist mit mir verheiratet einer wo ist der ist der ist der ist ja so unterhalten wirst du ja dass der genau könnten einladen ich werde ihm gerne gleich einstellen kann man ihn einladen all das ist sehr schön danke für die einladung reden sollte jemanden einstellen die geht weg folgen der kann auch aber wie kann man anstellen ich weiß nicht wie kann ich jemanden einstellen blablabla aufrüsten informationen nein weil ich will jetzt nach oben kurz schauen was da oben ist ich bin zurück hier noch arbeitplatz geschenk küssen umarmung die ist auch über style wie kann man einstein die leute das weiß ich selber nicht also 300 so viel nach unten haben wir schon neun montag aber was ich mich frage ganze zeit wie kann ich einstellen nein küssen für mein schatz irgendwie war das nochmal da kann man könnte ich jemanden einstellen kommentar nein heiraten spielst du bisher bevor du da war bevor du dich dazu entschließt den wald traum zu einem spielen zu empfindlich öffentlichen falls du das nicht tust wird man merken dass du nicht der leistung genau hast ok momentan nicht weil ich bin ich überlege übertrieben wie ich würde gerne ihn haben das schauen wir das teil weil hier sind man status genau schatten geschenk geben Ok, ich muss erst mal ein Video, weil ich hab's, ich krieg's weg, ok. What? Was ist das? Was? Ich mach' ein Video. Gameplay. Ja, lassen wir und wie nehmen wir? Erste Boss. Nehmen wir so. Erste Boss. So, was machen wir ja... Verrücktes? Ja, das hauen wir rein. Ach, scheiße, ich muss schlafen und essen. Scheiße, die Video wird ja nie so tolle. Hinweis. Was ist das? Ernste Kommentar. So läuft. Das muss ich reinmachen. Was? Hunger. Ah, ok, der ist Hunger. Aber sowas, wann... Äh... Pff... Pff... Und das was? Weiter hab' ich nicht. So, das mach' ich. Das geht rein. Das mach' ich hier rein. Und das haben wir vergackt. Wenn... Ich mach' so. Ja, passt. So. Was machen wir? Das? Ja, nicht. Komm. Jo. Ah. Hochladen. Immerhin. Ich hab' Hunger. Wo ist sie? Zu essen? Küche? Küche? Äh, was? Gibt's hier was zu essen überhaupt? Ach ja, hier. Hier ist Küche. So. Essen. Ähm. Anfangs hab' ich immer gefunden, wo das ist. Mhm. Wo, 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 wo. Und schlappen. Jo. Essen wir noch? Was? Aber komm. Es ist ein bisschen. Die geben. War wahrscheinlich bei mir so viel aus. Das ist apathic, finde ich. So. Machen wir hier ein nächstes Video. Nein. Komm. Gameplay. Weiter geht's. Äh. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Mal sehen ob das kommt gut an. Ja. 24 ist nicht schlecht? So. Ehhhhhh. Fröhlich. nächste fliege interessante so verrückte da haben wir muss ich lange aufpassen was ich hier rein machen das ist immer immer mehr text oder sound und so und die letzte kann ein bisschen betreiben entspannter ankommen entspannter nein was nicht super das ist dein partner hat kalte füße bekommen wird was für kalte füße was für kalte füße wird das leber stutter ich habe kein partner ok doch so das wird gut passen und es wird das aber ich bin nicht sicher lassen wieso so und dann machen wir ein paar bisschen sachen rein das wird diese und diese 50 prozent kann man machen hochladen ergebnis gaming video magst du ok wieso mit kumpel für kakaian oder akzeptieren reparieren ich will sehen was auf welche konsolte sitzt wenn das wird schon mal spielen ansehen bitte 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 ich habe ich habe ich aber problem ist was soll für ein video machen ja habe ich ha 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 für die sehr viel geld gleich gameplay ok mach ich dir geld kein problem gameplay so zack so lange machen wir alle was wir davon zuschauer angebieten oder ich bekomme dann bekomme mache ich das test was machen jetzt glückliche begrüßung nein der scheiß aggressionen ist gut eingekommen ich muss bin die mache ich die schon gedacht das mache ich ich glaube da ich mir diese punkten die hat schon wieder was gekauft und das haben wir geschafft boah gott sei dank so hallo ich habe ok schauen wir haben was für eine überraschung so dass wir sich raum hauen und beide das das wäre gut noch mal haben wir nichts mache ich so ja ich würde sagen das machen wir so und das machen wir so so ich glaube so besser so nur einen ist gut dann machen wir das rein ich glaube so besser so nur einen ist gut dann machen wir das rein und hochladen so geld bekomme ich und geschlafen ach du scheiße die kauf jede scheiß ich bekomme ich bekomme immer mehr abonnenten das freue mich auch ich jetzt schon wieder einkaufen die frau macht mich wahnsinnig bald ähm ja so leute ich werde sagen das war's für diese folge weil wir sind langsam schon und zeitlimit erreicht und ja wieder sehen uns nächste video und ich freue mich dass ihr zu ende angeschaut und wir sehen uns nächste mal ciao ein zwei drei zwei zwei